Ja, servus Freunde, hier ist euer Mann der guten Laune und heute haben wir gute Laune, denn heute ist der 34. Bundesligaspieltag und die Bayern empfangen Eintracht Frankfurt und ihr seht, ich mache mich jetzt frisch. Ich bin bei meinem Onkel und ich mache mich jetzt frisch und dann geht es ab nach München und ich melde mich später wieder, wenn ich daheim bin, mit dem Titel. So, ihr seht es hier. So, Freunde, ich zeige euch mal. Allianz Arena natürlich auch den Schal und als Mitglied auch mein Name. Also, Freunde, hier noch die Kappen dazu. Pullover braucht man heute nicht. Das bin wieder ich. Und jetzt muss ich mich richten und dann melde ich mich später, weil, ja, wie gesagt, vom Stadion nehme ich jetzt mal nichts mit. Sondern das seht ihr ja dann in der Sportschau heute Abend. Oder ihr seht es in der Sportschau die Bilder, die feiern des 29. Males FC Bayern München. Servus, ciao, piep, piep, piep. Ich habe euch Bayern-Fans und alle anderen sowieso lieb. Servus, ciao. Servus, ciao. Servus, ciao. Servus, ciao. Servus, ciao. Servus, ciao.